Ja komm, wir machen's Leute, wir machen's, Gök hat mir ja schon gesendet Leute, ich hab's dir selbst noch nicht angeguckt, ich wollte es mir angucken, es ging mir aber irgendwie zu lange, 14 Minuten 14. Mein 40-Jähriges. Digga, schon wieder neue Frisur? Der ändert öfter seine Frisur als ich meine Unterhose. Jung, mach sehr viele Fehler und mach zur Zeit die schwerste Zeit meines Lebens durch, wobei ich mir sicher bin, desto älter ich werde, desto mehr Probleme kommen dazu, aber falls... Boah, ist das in Barcelona noch oder was? Das sieht voll nicer aus, der Background. Das sieht aus, als wäre der auf Hawaii oder so. 40-Jähriges Ich, das in 20 Jahren sehen sollte, oh Mann Alter, was war bloß... Oh Mann Alter. Auf jeden Fall will ich heute mit euch über mein letztes Video reden, paar Sachen klarstellen, bevor die Kommentare jetzt damit voll sind. Ja, ich bin gerade nicht in Spanien, ich bin auch nicht in Deutschland, ihr könnt gerne in den Kommentaren raten, wo ich bin. Auf jeden Fall ist das aber nicht das Thema, denn zu meinem letzten Video... Auf Hawaii. Wo einfach die Tatsache offen steht, dass mir meine Ex-Freundin, Elli, mit der ich sehr viele Videos hochgeladen habe, fremdgegangen ist, muss ich sehr, sehr viele Sachen nennen, sehr, sehr viele Missverständnisse klären und sehr, sehr viele Fragen beantworten, denn es ist jetzt auch wieder eine Woche vergangen und die meisten werden... Ey, die kommt ja auf Greenscreen, ist das Greenscreen? Ne. Hey, wenn du sie jetzt verteidigst oder irgendetwas sagst, was gut für sie spricht, verlierst du erstens deine Glaubwürdigkeit... Nein, das ist kein Greenscreen, das siehst du auch hier, die Büsche sich bewegen und die Vögel zwitschern und so. So, du bist naiv... Guck mal, wie clean das aussieht, das geht gar nicht. ...dass du hier zurückgehst oder sonstiges oder dass du sie gut sprichst, aber im Endeffekt, ich kenne Elli besser als jeder einzelne von euch. Wir verbringen seit einem halben Jahr jeden Tag zusammen, ich merke, wenn sie lügt, ich merke, wenn etwas ist, ich... So, wir kennen uns einfach auswendig, wisst ihr, wie ich meine? Wir haben einfach so eine krasse Bindung und so eine krasse Liebe zueinander, dass, wenn es zu Hass kommt, natürlich sagen die meisten, wenn Hass der Liebe überwiegt und man solche Sachen macht, dann kann da nicht viel Liebe gewesen sein. Aber im Endeffekt will ich euch einfach so viel heute erzählen und ich hoffe, ihr geht da nicht mit voreingenommener Meinung rein und zunächst muss ich auch sagen, dass es ein sehr, sehr großer Fehler von mir war, das öffentlich zu posten, egal was passiert ist, egal ob mich Elli überall blockiert hat, nachdem ich sie mit dem Typen in der Wohnung kochen gesehen habe, so... Ja, Leute, der ist noch jung, ne? Also ich glaube, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihr Leben lang zusammenbleiben werden, weil die einfach noch... Also klar, gibt es sowas, aber es kommt ja echt sehr selten vor. Ich glaube, weiß ich nicht. Ist halt echt so, glaube ich, seine erste große Liebe so richtig, ne? Krass. Egal, ob sie nicht mit mir darüber geredet hat, es war einfach nicht richtig, darüber ein Video zu posten und da kommt die erste Frage, wie bin ich überhaupt an dieses Bild und an dieses Videomaterial gekommen, wo der Typ bei ihr war? Ihr müsst euch vorstellen, diese Kamera, mit der ich gerade aufnehme, habe ich Elli, nachdem wir uns getrennt haben, beziehungsweise... Ja, nachdem wir uns getrennt haben. So, wir haben jetzt nochmal darüber geredet, es war keine Beziehungspause, wir haben uns endgültig getrennt. Natürlich wurde von beiden Seiten aus Hoffnung gemacht und natürlich wussten wir, wir werden wieder zusammenkommen, weil wir einfach füreinander bestimmt sind. Aber ich habe ihr gesagt, okay... So, Leute, der rüstige Rentner ist zurück. Kamera, nimm den Laptop, nimm damit Videos auf, dass du dir deine eigene Wohnung finanzieren kannst, weil sie auch nicht mehr im Haus mit mir wohnen wollte, weil als wir uns gestritten haben, muss ich auch ehrlich zugeben, habe ich Worte zu ihr gesagt, die einen Menschen so sehr verletzen, Beleidigungen, die man nicht rückgängig machen kann und es tut mir auch vom tiefsten Herzen leid. Darüber habe ich auch schon mit ihr geredet. Aber das sind alles Sachen, die man nicht rückgängig machen kann und wie gesagt, das wird auch das letzte Video sein, wo ich... Ja, aber ich sage auch ganz ehrlich, Leute, Beleidigungen im Streit kann man auch nicht ernst nehmen, oder? Obwohl eigentlich, wenn ich jetzt so überlege, die Beleidigungen im Streit sind meist die, äh, die, die, die... Wie sagt man, die, äh, die Wahrheitshaftesten, ne? Ja, ich glaube schon. Ich öffentlich... Ja, wer beleidigt oder so wird gebannt, ist mir scheißegal, Leute. Auch wenn ihr Siemens nicht leiden könnt oder so, müsst ihr ja nicht beleidigen. Wir gucken uns ja unabhängig einfach neutral das Video an, äh, und dann muss keiner Beleidigung oder sonst was machen. Oder wenn ich auch sehe, dass ihr irgendwo beleidigt, werdet ihr auf den Chat hier gebannt, ganz einfache Geschichte. Irgendwelche Probleme von mir rede, die meine Beziehung angehen und danach will ich auch nie wieder, dass irgendjemand etwas darüber sagt, denn egal in welcher... Ey, Leute, ich sage euch ganz ehrlich, was... Ich check nicht, warum die Leute gerade die ganze Zeit reinschreiben, im Hintergrund ist Greenscreen. Na, und? Und wenn das Greenscreen, Bluescreen oder Graustream ist? Es juckt mich nicht. Hä? Warum ist euch das so wichtig, ob das Greenscreen ist oder nicht? Ich check's nicht. Habe ich irgendwas verpasst? Seit wann ist... Ich hab auch hier einen Greenscreen, Leute. Hast du auch einen Greenscreen hier? Alles Greenscreen. Beziehung, sei es ein Nader und eine Luisa, die streiten auch privat und die tragen das nicht in die Öffentlichkeit. Und egal welche Beziehung, jede... Ja, auch wenn es ein Greenscreen... Es ist mir egal, ob es ein Greenscreen ist oder ob es kein Greenscreen ist. Ich weiß nicht, wie ihr darauf kommt. Wer hat euch dieses Floh in den Ohr gesetzt? Beziehung hat Probleme. Jede Beziehung hat seine Bausteine, auf die man aufbauen muss. Und... Mann, Mann, Mann. Es war einfach nicht richtig. Egal, wie sehr ich versuche, schön zu reden. Egal, wie sehr ihr sagt, nee, sie hat das und das gemacht. Es war einfach nicht richtig. Und so etwas gehört nicht in die Öffentlichkeit. Und jetzt... Ja, das war von ihm auch eine sehr unüberlegte Aktion gewesen, das in die Öffentlichkeit zu ziehen. Aber, Bro, das ist halt, nee, man kann es nicht mehr rückgängig machen. Zack, bumm, Internet drinne, das geht auch nicht mehr raus. Das ist für immer jetzt drinne. Das ist natürlich doof, aber das würde auch noch lernen so. Man muss immer dreimal überlegen, ob man ein paar Sachen hochladen will oder nicht, ne? Möchte ich einfach euch die Sicht der Story erzählen mit Ellis Sicht. Als ihr euch fragt, wieso Elli gerade nicht im Video ist. Elli ist gefühlt genauso depressiv wie ich, weil diese Trennung... Wenn ihr depressiv seid, Leute, ganz wichtig, sucht euch bitte Hilfe. Das ist ein ernstes Thema. Dann lasst euch helfen und dann wird auch alles wieder gut. Scheugt euch nicht, Hilfe zu suchen. Depressionen sind echt nicht schön und kann gefährlich werden. Dann geht dann irgendwo hin zum Arzt, sucht euch Hilfe. Der hilft euch und dann ist alles wieder gut. Beide so sehr fertig gemacht. Es ist, wie gesagt, die schlimmste Zeit unseres Lebens. Und jeder, der schon mal Liebeskummer hatte oder eine Trennung durchmachen musste, weiß, wie wir uns fühlen. Und das wünsche ich einfach niemandem. Ich wünsche es nicht mal dem schlimmsten Feind von mir, dass er dieses Gefühl hat, dass er diese Leere in sich hat, weil er denkt, dass er die wichtigste Person aus seinem Leben verloren hat. Und man die Lebenslust einfach verliert. Wisst ihr, wie ich meine? Die letzte Woche, wo ich ohne Elli war, ich habe einfach meine Lebenslust verloren. Ich wusste einfach nicht mehr, was der Sinn meines Lebens ist. Und es haben sich auch sehr, sehr viele Leute bei mir gemeldet und haben... Ja, Leute, ich sage mal so, ne, also keine Ahnung, da die Lebenslust zu verlieren, was natürlich Liebeskummer, traurig vielleicht, aber lasst euch eins gesagt sein. Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Man kann natürlich traurig sein, aber dann muss das auch weitergehen irgendwie, ne? Ich habe einfach versucht, mir zu helfen und dafür bin ich euch auch dankbar. Aber ich will nicht zu sehr vom Thema abschweifen. Kommen wir auf jeden Fall zu der Sicht von Elli. Wie gesagt, sie will einfach nicht in YouTube-Videos sein, weil ihr die Kommentare so krass wehgetan haben. Und das kann ich natürlich auch verstehen. So, ich würde nicht anders handeln an ihrer Stelle. Auf jeden Fall müsst ihr es euch so vorstellen. Ich habe euch ja erzählt, dass wir uns getrennt haben und wir dann für eine Woche ungefähr keinen Kontakt hatten, beziehungsweise für vier Tage. Ich habe in der Zeit dieses Love of My Life Video hochgeladen. Ich habe zu ihr gesagt, es wäre das Beste, wenn wir in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten keinen Kontakt haben und wir an uns arbeiten, beziehungsweise ich an mir arbeite, weil ich einfach wollte, dass diese Beziehung wieder klappt und weil ich auch irgendwo gehofft habe, dass es nach ein paar Tagen wieder so sein wird. Weil, wenn wir uns immer gestritten haben, haben wir uns meistens nie länger als einen Tag gestritten. Nur das Hauptproblem in unserer Beziehung war, wir haben die Sachen nie zu 100% geklärt, darüber geredet, dass sie so zu 100% vom Tisch waren. Also ich sage euch ehrlich, das ist auch nur meine Meinung, aber ich glaube, gibt es natürlich ab und zu. Aber ich glaube, wenn man schon so weit ist, dass man irgendwie sagt, ey gut, man, sag ich mal, die haben ja jetzt schon einmal Schluss gemacht. Kennt ihr so eine On-Off-Beziehungen? Die werden doch nie was, Alter. Seid mal ganz ehrlich, also ich kenne die seltensten On-Off-Beziehungen, die dann irgendwie noch auf längerfristige Sache irgendwie was werden. Bro, das ist dann irgendwie jede Woche, man ist zusammen, dann ist man auseinander, dann ist man wieder zehnmal zusammen, dann ist man wieder auseinander und irgendwann ist dann der große Knall und man streitet sich über alles, weißt du? Ja, ich weiß nicht, also bin ich nicht so der Fan von. Wie ich meine, so man hat alles in sich hineingefressen, weil Elli ist so ein Mensch, sie frisst sehr viel in sich rein, ich auch und irgendwann mal kocht das Fass über, dann kommt unser Temperament ins Spiel und dann redet ganz Deutschland darüber. Aber auf jeden Fall war es so, dass Elli quasi auf sich allein gestellt war und dass ich ihr diese Kamera gegeben habe und gesagt habe, ey, du hast gerade 2000 Euro ungefähr auf dein Konto von den ganzen Videos, die du da vorgemacht hast, du hast hier den Laptop, mach Videos, ich werde an mir arbeiten, du an dir und das ist doch klar, ich habe das Haus, sie ist in einem Airbnb, wo sie bis zum 22. April raus muss und eine Wohnung finden muss, wir sind nicht mehr zusammen, sie will nicht zurück ins Haus, kann ich natürlich komplett verstehen, vor allem nachdem wir uns so oft gestritten haben und ich sie auch beleidigt habe und kann ich natürlich verstehen, dass sie dann von einer Person, die sie beim Gassi gehen mit Taro getroffen hat, also der Typ, so wollte ihr nur helfen. Im Endeffekt kam dann raus, dass er andere Intentionen hatte, aber dazu komme ich auch gleich nochmal, aber im Endeffekt hat sie nur von diesem Typen die Hilfe angenommen. Ich bin nach vier Tagen da vorbeigestrahlt und wie gesagt... Wer kennt sie nicht? Die Typen, die bei Liebeskummer helfen. Man kann es verstehen, dass ich so ausgerastet bin, aber es war nicht richtig, dass ich direkt den Teufel an die Wand gemalt habe, gesagt habe, dass sie mir fremdgegangen ist und sonstiges, aber es war auch nicht richtig von ihr, dass sie nicht direkt mit mir geredet hat und mich... Also ich bin halt komplett ausgerastet, so und aber es war halt auch nicht richtig von ihr, dass sie mit dem Typen dann weiterhin da geblieben ist und es nicht direkt mit mir geklärt hat oder mit mir geredet hat. Aber wie gesagt, ich kann es verstehen. Ich habe sie beleidigt und währenddessen, als ich sie mit dem Typen da gesehen habe, obwohl die nur gekocht haben, bin ich noch mehr an die Decke gegangen. Kann man aber, denke ich mal, nachvollziehen. Dafür muss ich mich jetzt nicht großartig rechtfertigen. Die meisten werden, glaube ich, noch mehr ausgerastet als ich. Und dann war es halt auf jeden Fall so, dass ich die Kamera und den Laptop mitgenommen habe, weil ich mir so dachte, ey, ich zahle nicht das Airbnb, wo du mit einem random Typen keine Ahnung was machst. Ja, ich finde die Atmosphäre auch geil. Das ist ein geiler Hintergrund halt, ne? Im Endeffekt herausgestellt, dass nichts zwischen denen lief. Im Endeffekt weiß es nur Ellie, aber ich kenne Ellie und Ellie sagt mir immer die Wahrheit. Und wenn da was gewesen wäre, wir hatten so tiefgründige Gespräche, dann hätte sie es mir auch zugegeben, weil ich habe zu ihr gesagt, wir waren da nicht zusammen, wenn du es mir offen und ehrlich jetzt sagst, so, dann passt es. Und wenn sie mich angelogen hat, dann muss sie es für sich ihr Leben lang mit einem schlechten Gewissen tragen. Und ich glaube, das will kein Mensch, vor allem, wenn die Person dann auch noch so einsichtig ist und sagt, ich finde das nicht sch... Gut, ich will das einfach nicht bewerten, Leute. Aber, naja, schwierig, 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 schwierig. Aber ich sage euch ehrlich, so miteinander kochen, das machst du ja nicht einfach so mit irgendjemandem. So, weißt du, was ich meine, Leute? Seid ehrlich. Ich überlege gerade... Warte mal, ich gucke mal weiter. ...schlimm, weil wir waren nicht zusammen. Egal, wie sehr wir uns gegenseitig Hoffnung gemacht haben, du mir Hoffnung gemacht hast, ich dir. So. Und natürlich kann man trotzdem weiterhin den Teufel an die Wand malen und sagen, doch, doch, da lief zu 100% was. Aber im Endeffekt weiß es nur Ellie. Im Endeffekt kenne ich sie am besten. Und im Endeffekt sagt mir auch mein Gefühl, dass Ellie zu so etwas nicht in der Lage wäre. Auf jeden Fall habe ich dann die Kamera mitgenommen, habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Du kannst grillen mit mehreren Leuten, aber kochen... Ja, ich sage euch ehrlich, für mich, also das ist nur meine persönliche Meinung, aber für mich mit einer anderen Frau kochen, das ist schon für mich was Intimes so. Das mache ich ja nicht einfach so 0815-mäßig. Wisst ihr, was ich meine? Weiß ich nicht. Also das ist so meine Erfahrung. Es kann ja bei jedem anders sein, aber... Bro, bis ich mit einer Frau zusammen was koche... Naja, lassen wir's. Ich sag mal so Leute, wenn man kocht, dann muss es auch immer einen Nachtisch geben. Bilder da gefunden und das war dann der Punkt, wo ich richtig emotional wurde und dieses Video aufgenommen habe. Dann am nächsten Tag hat mich Ellie angerufen, dass sie ihre kompletten Sachen abholen kommen will. Ich habe zu ihr gesagt, okay, kannst du machen. Hat sie dann auch gemacht. Im Endeffekt hat sie einfach nur Hilfe gebraucht und ich war da... Also natürlich meldet sie sich dann nicht bei mir, wenn ich sie beleidige und wir uns zerstreiten. Natürlich ist es nicht korrekt, dass sie mir dann nicht Bescheid sagt, dass sie mit einem anderen Typen ist. Aber ja, es war einfach eine Aufeinanderreihung von Fehlern. Ich will euch einfach nur jetzt nochmal sagen und ich werde auch Ellie gleich holen und vielleicht will sie... Ey Leute, nicht desto trotz, kann ja alles so gewesen sein. Ich kann ja nur aus meiner Erfahrung erzählen. Ich wünsche dir natürlich trotzdem alles Gute und dass sie vielleicht heiraten, die ja sogar. Ich würde es feiern. Ey, das ist ja krass. Überleg mal, Siemex macht Hochzeit. Lass mich echt fühlen. Ich hoffe es für die beiden. Mal selber was dazu sagen. Aber ich kann euch sagen, dass Ellie die Liebe meines Lebens ist und dass ich... Bro, ich finde es krass. Er sagt es. Ich glaube, er liebt sie echt heftig. Also es ist echt insane zu sehen. Also man merkt echt schon so... Krass, krass, krass. Ich bin gespannt. Siemex ist ja noch relativ jung, ne? Ich weiß nicht. Das ist halt noch so, wenn man jung ist und so. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wisst ihr euch meine... Ich habe immer noch vorab, dieses Girl zu heiraten und allein schon Beweis genug dafür ist, dass sie sich einfach ein Tattoo von meinem Gesicht machen will und ich immer noch das von ihrem. Und sie kommt jetzt auch gerade. Also das war nicht abgesprochen. Und sie kann ja selber jetzt was dazu sagen. Also ich habe jetzt grob alles erzählt. Wirst du selber noch was dazu sagen? Das Einzige, was ich dazu sagen will, ist, kein Girl braucht ihn mehr zu schreiben. Er braucht nicht von euch getröstet werden. Das ist mein Boy. Und wo wart ihr damals, als er Shitstorm bekommen hat? Wo wart ihr damals? Jetzt auf einmal seid ihr so, oh ja, du Armer, soll ich dich trösten? Oh mein Gott, soll ich dich in Spanien besuchen? Komm, allein meine Ex-beste Freundin, der ich angeboten habe, hey, wenn du Probleme hast, du kannst aus Spanien kommen, ich bin für dich da. Sie schreibt mir, ja, sie weiß noch nicht, weil wir ein paar Probleme hatten, obwohl sie ihn damals so gehatet hat, obwohl sie damals gesagt hat, ich soll nicht mit ihm zusammenkommen und sowas. Sie wäre dazu bereit gewesen, obwohl sie einen Freund hat, zu ihm zu fahren für ein paar Tage auf seinen Nacken. Deswegen, Leute, glaubt nicht alles, was im Internet ist. Manchmal passieren auch Sachen aus Emotionen. Manchmal überwiegt der Hass, beziehungsweise man macht Sachen aus Liebe. Die aber eigentlich nicht passieren sollten. Ja, die so krank sind. Und im Endeffekt haben wir beide sehr, sehr viele Fehler gemacht. Im Endeffekt ist sie mir nicht fremdgegangen. Ich habe mich einfach nur zu sehr reingesteigert. Und apropos zu dem Thema, also ihre beste Freundin, da haben sich wirklich noch nie so viele Girls in meinem Leben bei mir gemeldet. Und allein schon die Tatsache, dass ich, obwohl ich jetzt so gut dastehe und obwohl ich... Und so viel Geld mit diesem Video verdient hast. Und obwohl ich da so viel Aufmerksamkeit mitnehmen könnte und das Thema so ausschlachten könnte, das Video hatte, nach 12 Stunden 400.000 Aufrufe, so, das ist geisteskrank gewesen. Er hätte es ausnutzen können und hätte sagen, und hätte weiter irgendwelche Sachen von der Beziehung preisgeben können oder sonst was. Also bisher fand ich das Video noch ganz sympathisch, so irgendwie ihn zu sehen, wie er von seiner großen Liebe erzählt. Aber jetzt wird es irgendwie ein bisschen cringe. Weil, so, er hatte die Möglichkeit, aber er hat es nicht gemacht. Und allein dieser Fakt, so, zeigt doch einfach, dass was in unserer Beziehung vorgefallen ist, einfach paar kleine Fehler waren und nichts, was dieser Beziehung schaden könnte. Weil, so, ganz ehrlich... Im Endeffekt, gehen wir mit sehr, sehr viel Positivem aus dieser Beziehung raus. Wir haben selber gemerkt, dass wir ab jetzt immer über unsere Fehler oder über unsere Auseinandersetzungen reden müssen und alles immer direkt klären müssen und nicht in uns hineinfressen müssen. Aber das ist jetzt auch nicht das Thema. Grüße gehen raus an alle Girls, an alle Insta-Models mit Verifizierungshaken, die mir auf Insta geschrieben haben. Ich küsse euer Herz. Maschallah, weil Zimex läuft! Aber ich liebe sie trotzdem immer noch und das wird sich damals ändern. Falls ihr wissen wollt, was es mit dem Ganzen hier auf sich hat, dann lasst einfach ein Like da, lasst ein Abo da und ja, kauft ihr Album. Das war, wie gesagt, ein Promo-Move. Ja, safe. Ihre erste Single kommt morgen. Fremdgärin. Ja. Ho! Check Zimex ab. Ja, was gibt's dazu? Noch mehr zu sagen. Gibt's nix mehr zu sagen. Ich wünsch dir beiden alles Gute. Junge Liebe. Der Junge Liebe. Leute, das will ich mir nicht nachsagen lassen. Will ich nicht im Weg stehen. Der Junge Liebe. Öffnen wir die Türen. Ganz einfach. Also, ich glaub, meine Meinung nach, ohne das jetzt auch, dass irgendjemand das bewerten muss, ich glaube nicht, dass sie in zwei Jahren noch zusammen sind. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das ist jetzt einfach mal so meine Prognose. Ich glaub, das geht vielleicht noch ein Jahr. Und dann, ich kann mir nicht mal mehr ein Jahr vorstellen, sag ich euch ehrlich. Ich weiß nicht, Leute. Aber das ist, wie gesagt, das ist ja, ich weiß nicht. Ich wünsche dir natürlich alles Gute. Gar keine Frage. Mal gucken. Ich bin gespannt, wie wir das weiter verfolgen. Ich denke mal, die werden uns berichten auf YouTube oder auch nicht. Mal gucken. Ja, die beiden müssen noch viel lernen. Die sind aber noch jung. So ist das halt, ne? Das sind noch ein paar junge Buben.